Hallo und herzlich willkommen zu diesem Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Heute bin ich ein bisschen nervös, denn es geht um ein wirklich großes Thema, die Europawahl. Ich möchte versuchen, in den folgenden 10-15 Minuten möglichst viel dazu unterzubringen, was euch vielleicht helfen kann bei der Wahlentscheidung und euch natürlich zeigen, wie ich persönlich an die Sache rangehe. Insofern wird das ein etwas umfangreiches, vielseitiges Video, sicherlich ganz subjektiv. Eure Fragen habe ich natürlich mit berücksichtigt und ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie mein Weg zu einer Wahlentscheidung aussieht und euch Informationen zur Wahl liefern. Sicherlich werde ich euch nicht sagen, was ihr am Schluss wählen sollt, das müsst ihr selber wissen. Aber vielleicht oder hoffentlich kann ich euch ein bisschen Hilfe geben, wie man sich entscheiden kann, möglicherweise. Bene HBG fragt, für was wählen wir da eigentlich? Dahinter steckt für mich auch die Frage, warum sollen wir überhaupt wählen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Europawahl ist so eine Wahl, die ist in den letzten Jahren meistens so an mir vorbeigegangen. Ich habe überhaupt nicht kapiert, um was es da geht. Ja, da werden irgendwelche Gurken müssen gerade sein. Aber was das mit mir persönlich zu tun hat, das ist mir eigentlich nie klar geworden. Und ich sage ganz offen, durch den Artikel 13, durch diese Diskussion und durch diese Sachen mit der DSGVO, dem Urheberrechtsschutz und auch das, was jetzt kommt, der Terrorfilter, ist mir erst bewusst geworden, auch im Zusammenhang mit Klimawandel, wie eng vernetzt wir hier in Europa natürlich in der ganzen Welt sind. Und dass es einfach nötig ist, dass bestimmte Themen europaweit mindestens, wenn nicht eigentlich weltweit, angegangen werden. Tja, zur Frage, warum wählen gehen? Naja, ich finde es insgesamt halt schon gut, dass nicht mehr der mit der größten Kanone das Sagen hat und dass vielleicht auch nicht der mit dem dicksten Geldbeutel das Sagen hat, sondern dass jedenfalls prinzipiell jeder Bürger eine Stimme hat und was wählen kann, also die Demokratie. Und das, was wir tun können und meiner Meinung nach auch tun sollten, ist uns daran beteiligen, indem wir uns wirklich interessieren und dann auch wählen gehen. MK Photography Official fragt, kann man auch dich wählen? Nein, leider kann man mich nicht wählen. Zum Beispiel bei einer Bürgermeisterwahl kannst du jeden beliebigen Namen draufschreiben. Bei einer Kommunalwahl habe ich jetzt zum Beispiel hier in unserem Ort 40 Stimmen, die ich irgendwie verteilen kann auf alle möglichen Parteien, Menschen, sogar noch mit drei, zwei oder einer Stimme. Bei der Europawahl ist es tatsächlich so, ich habe genau eine Stimme und die muss ich einer Partei geben und das war's. Envi Nina fragt, warum zählen Stimmen von Rentnern mehr als unsere? Und das ist natürlich falsch. Könnte natürlich sein, dass es mehr Ältere als junge Leute gibt, aber der Grundsatz ist, jeder Mensch hat genau eine Stimme. Und vielleicht noch so eine Frage, um das Ganze so ein bisschen vorzubereiten. Jordi Hurley fragt, warum tut niemand was gegen das Schulsystem? Die Bildungspolitik ist nun mal eben Sache der Länder, also in unserem Fall Baden-Württemberg oder Hessen oder Bayern oder Nordrhein-Westfalen, wo auch immer ihr wohnt. Und die Europapolitik hat mit dem Schulsystem tatsächlich dieses Mal nichts zu tun. Die hat vor allem eben mit Themen zu tun, die auch europaweit von Interesse sind. Das können Außenpolitik, Handel, Wirtschaft sein, aber natürlich auch Umweltschutz, Landwirtschaft, Digitalisierung natürlich. Da kommen wir später noch dazu. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen näher dazu, was sollen wir eigentlich wählen? Und Eickmann88 fragt, findest du es sinnvoll, kleinere Parteien zu wählen? Um ganz ehrlich zu sein, ich selber habe noch nie kleinere Parteien gewählt. Also kleinere Parteien sind für mich die, die in Deutschland schon immer unter die 5%-Hürde gefallen sind. Ich versuche immer, bei den größeren Parteien eine zu finden, wo ich mich einigermaßen aufgehoben fühle. Warum? Die kleineren Parteien haben dann hinterher vielleicht ein oder zwei Sitze im Parlament, die können sich die Themen nicht aufteilen. Ich finde die oft nicht vor Ort. Und das sind für mich Nachteile, wo ich einfach den größeren Parteien mehr zutraue, wenn es darum geht, große Probleme zu lösen. Itzfejo fragt, was hältst du von Miko Semsroth Satireaktion, die Partei? Vielleicht interessiert die Partei überhaupt jemanden für die Wahl. Und vielleicht verstehen auch manche, dass es eine Satire ist und setzen sich deswegen mit der echten Wahl auseinander. Ehrlich gesagt, wählen würde ich sie definitiv nicht, wenn hinterher jemand wirklich für uns im Europäischen Parlament sitzt und die großen Probleme lösen soll, die hier anstehen. Dann möchte ich eigentlich nicht, dass es jemand ist, der das nur aus Blödsinn gemacht hat. Toni Sophie fragt, denken Sie, dass die CDU dieses Jahr in der Europawahl viel weniger Stimmen bekommt? Sie werden vermutlich immer noch die stärkste Partei sein. Ich glaube auch, wenn man sich mit Artikel 13 beschäftigt und auf die Straße geht und so weiter, dann darf man nicht außer Acht lassen, dass Politik ein großes Thema ist. Mit vielen Themen. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige Stimmen weniger hat. Und ich glaube auch, dass sie im Moment nicht besonders viel dafür getan hat, dass die Jugend, die jetzt ja zunehmend auch Wähler werden, sie in Zukunft gerne wählen werden. Kai 248, hast du vor, CDU zu wählen, beziehungsweise hast du das Video von Rezo schon gesehen? Also, ob ich vor habe, CDU zu wählen, das kann ich vielleicht nachher sagen, wenn wir uns ein bisschen mehr mit den Inhalten auseinandersetzen. Ich habe das Video von Rezo gesehen. Ich finde es cool, dass er sich so ausführlich mit der Materie auseinandersetzt und so viele Quellen und Sachen zusammengesammelt hat. Zum anderen ist es so, dass ich nicht weiß, ob das der CDU gerecht wird. Ich glaube, das würde für die meisten anderen Parteien auch gelten. Die SPD war in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder in der Regierung, sogar einmal federführend. Die Grünen waren in der Regierung, die FDP war in der Regierung. Also, viele Parteien waren in der Regierung. Und dann muss man im Detail auf die einzelnen Argumente von Rezo eingehen, die vielfach zutreffend sind aus meiner Sicht und zum Teil aber auch nicht oder jedenfalls nicht so ganz gerecht. Also zum einen, wir kriegen das hier mit, was in Österreich los ist und finden das natürlich nicht toll, wenn ein führender Politiker solche Sachen sagt, auch wenn es im Suff ist, auch wenn er sich unbeobachtet fühlt und so weiter. Dennoch muss ich sagen, eine Aufzeichnung, die zwei Jahre alt ist, eine Woche vor der Europawahl zu veröffentlichen, das zielt ganz klar auf Impuls und Protestfehler. Ich finde, dass man so etwas, wo ja auch schon die Frage ist, ist das überhaupt noch legal, dass so jemand dann in der Politik so einen hohen Posten besetzt, wenn jemand so lange wartet, bis er das veröffentlicht, dann kann man sich auch schon überlegen, ob das dann noch gerechtfertigt ist. So, und jetzt kommt hier die knallharte Frage. Willi, der Badner, stehst du in der Politik eher auf der rechten oder der linken Seite? Um ehrlich zu sein, ich kann mit diesen Begriffen links oder rechts nichts anfangen. Ich stehe wahrscheinlich in der Mitte und bin mal mehr links oder rechts, wenn ihr so wollt. Und wenn du es ganz konkret wissen willst, ich habe in meinem Leben schon CDU gewählt, FDP gewählt, SPD gewählt und Grüne gewählt. Tja, und jetzt fragt natürlich Jendrik2509, welche Partei ist für sie die richtige? Das muss ich erst mal selber rauskriegen, ich weiß es noch gar nicht so ganz genau. Gehen wir vielleicht mal auf die Möglichkeiten, die ihr auch für eure Entscheidungsfindung habt, solche Instrumente wie den Wahl-O-Maten. Es ist ja so, dass sehr, sehr viele Positionen gar nicht umstritten sind. Und diese Apps versuchen nun praktisch an den Punkten, wo es wirklich Unterschiede gibt, Entscheidungsfragen herauszuarbeiten, die man dann eben beantwortet. Vielleicht ein Wort zum Wahl-O-Mat, weil Hans Brrha fragt, was steckt hinter dem momentanen Offline-Status des Wahl-O-Mats? Ich denke, das Problem beim Wahl-O-Mat ist, nachdem man diese Fragen also beantwortet hat, muss man erst auswählen, welche Parteien man überhaupt in die Wahl einbeziehen möchte. Und an diesem Punkt werden nach Meinung auch von Gerichten die kleinen Parteien benachteiligt, weil wir ja in diese Auswahl überhaupt nur die Parteien mit hineinnehmen, die wir auch schon kennen, von denen wir schon mal was gehört haben. Das ist beim Votes Viper anders, den ich mal für euch gemacht habe. Ich mache das teilweise ganz schnell, weil mir geht es jetzt weniger darum, dass ihr seht, wie ich mich einzeln entscheide. Das sind auch so Bauchentscheidungen und relativ schnelle Entscheidungen gewesen. Für mich war es total interessant und ich habe das auch noch mit einem anderen Tool gemacht und auch mit dem Wahl-O-Mat, als er noch online war, dass bei mir die ÖDP vorne stand. Und mit der ÖDP habe ich mich noch überhaupt nie beschäftigt. Und das hat tatsächlich jetzt dazu geführt, dass ich mir das Programm wenigstens mal angeschaut habe. Ob ich die dann deswegen wähle, weil sie im Wahl-O-Mat ganz oben sind, ist mal eine ganz andere Frage. Denn die ÖDP ist eine kleine Partei und was ich zu den kleinen Parteien gesagt habe, das habt ihr ja vorhin schon gehört. Für mich spielen bei der Entscheidung für eine Partei auch so ein bisschen eine Rolle. Ist das eine Partei, die vor allem gegen etwas oder zur Verhinderung von etwas antritt? Oder ist es eine Partei, die Ziele hat, die was will? Und wenn ich die Wahlprogramme so durchgeflogen bin, ist mir zum Beispiel aufgefallen, die CDU ist zum Beispiel eher eine Partei, die sagt, ah, es ist alles toll hier und wir wollen, dass es auch weiterhin so toll bleibt. Die SPD dagegen sagt, oh, wir sind bedroht, wir sind bedroht von USA und China und die Umwelt ist bedroht, 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 bedroht. Und deshalb müssen wir. Das heißt, die bezieht ihre Energie vielmehr aus einer Bedrohung, gegen die man ankämpfen muss. Ich habe mir mal auch den Spaß gemacht, mir die Wahlprogramme einfach in ein Tool einzugeben und nach Worten zu durchsuchen, die besonders häufig drin vorkommen. Bei der SPD kommt das Wort Frauen unter den ersten 20 Worten vor. Das gibt es bei keiner anderen Partei. Bei der CDU spielen die Worte Sicherheit und auch Wohlstand eine Rolle. Bei der FDP kommt das Wort Chancen vor, was bei keiner anderen Partei so weit vorne steht. Naja, und bei der AfD ist es so, dass Europa europäisch zwar auch vorkommt, aber unter den ersten 20 finden wir Deutschland. Deutschen, Deutsche, Nationale, Nationale, Nationalstaaten. Bei der AfD geht es weniger um Europa als im Deutschland, was wir auch gleich beim Programmvergleich sehen werden. Und da kann ich auch gleich die Frage von Hundefan1337 beantworten, was ist deine politische Ansicht zu der AfD? Ich gebe es zu, Linke sind nicht in meinem Spektrum, die ich wählen würde, obwohl ich bei den Linken tatsächlich auch Politiker kenne, die ich sehr nett finde und deren Motive ich gut verstehe. Und die AfD gehört definitiv nicht auf meine Speisekarte. So, Nick Zock 2006 fragt, was soll ich am besten wählen? Und nachdem ihr und ich jetzt einen ungefähren Eindruck davon habt, um was es eigentlich geht und wer so in Frage kommt, möchte ich gerne mit euch noch auf wichtige Politikfelder schauen, was die Parteien dazu sagen. Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat die Tagesschau dankenswerterweise zusammengetragen. Ich mache euch auch unten den Link rein, sodass ihr das nachlesen könnt. Das ist nach dem Wahl-O-Mat oder dem Vote-Swiper die einfachste und schnellste Möglichkeit, sich ein bisschen zu informieren. Die erste Frage, zu der es Antworten gibt, ist, wie die Parteien die EU erneuern wollen. Ich fliege da nur ganz schnell drüber und zeige euch, wo für mich die besonderen Unterschiede sind. Zum einen fällt auf, dass die AfD das Europaparlament abschaffen will, letztendlich auch ein Dexit-Referendum anstrebt, also Deutschland soll austreten aus der EU und die Wiedereinführung der deutschen Mark steht auch zur Diskussion. Das ist also hier die radikalste Position. Bei Bündnis 90 Die Grünen finde ich konkret das Stimmrecht ab 16 Jahren, neben vielem anderen, was auch andere sagen. Die Linke fordert auch relativ radikal eigentlich, dass man eine neue Verhandlung der EU-Verträge macht und eine neue Verfassung gibt, die dann die Mitglieder per Volksentscheid beschließen. Die CDU will, dass möglichst viel Eigenverantwortung der einzelnen Staaten in der Haushalts- und Finanzpolitik besteht, wogegen die SPD einen gemeinsamen Haushalt der Eurozone gut fände, sogar mit einem europäischen Wirtschafts- und Finanzminister. Hier ganz klare Absetzung der beiden deutschen Koalitionspartner. Die zweite Frage ist, wie die Parteien die EU verteidigen wollen. Hier möchte ich mal die ÖDP noch mit einfügen, die ich mir dann auch angeschaut habe. Sie ist mit Sicherheit die pazifistischste Variante mit den Linken zusammen. Es geht darum, dass es eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik geben soll. Die soll aber nur darauf ausgerichtet sein, für Frieden zu sorgen und keine militärische Option haben. Und es geht um Abrüstung, um Verbot von Atomwaffen und von Rüstungsverkäufen. Die AfD interessanterweise lehnt eine europäische Armee ebenfalls ab, aber aus anderen Gründen. Europa werde durch die NATO verteidigt. Man will eigentlich, dass nur der Bundestag über die Entsendung deutscher Streitkräfte abstimmen kann. CDU und FDP sind hier einigermaßen einig. Es gibt Zwischenschritte auf dem Weg zu einer europäischen Eingreiftruppe oder europäischen Armee. Eine gemeinsame Beschaffung von Waffensystemen, um Geld zu sparen. Und interessanterweise sind Bündnis 90 die Grünen nicht ganz auf dieser Seite, aber auch lange nicht so Rüstungsgegner wie ÖDP oder Die Linke. Sie wollen eine verstärkte Zusammenarbeit der Streitkräfte, auch um Geld zu sparen. Auf jeden Fall aber keine Ausweitung der Militärausgaben. ÖDP und Linke sind hier eindeutiger pazifistisch orientiert. Die für uns natürlich sehr wichtige Frage ist der Klimaschutz. Da möchte ich nochmal die ÖDP wieder ins Feld führen, weil die da auch sehr eindeutig und klar, weitreichend und konsequent sind. Atomausstieg, Drosselung des Luftverkehrs, Verbot von Glyphosat etc. Und vor allem dieser Gedanke, dass Wirtschaft auch bepreisen muss, welche Ressourcen verbraucht werden und welche Emissionen in die Umwelt abgelassen werden. Diesen Gedanken finde ich eigentlich sehr vernünftig. Deswegen sind die wahrscheinlich bei mir so weit oben gelandet. Auch Bündnis 90 die Grünen sind hier sehr restriktiv und schnell. Deutlich steigender Mindestpreis für CO2-Emissionen bis 2050 100 Prozent. Energie aus erneuerbaren Quellen. Ab 2030 nur noch abgasfreie Neuwagen. Zulassungsquoten für LKW, Busse, Flugzeuge und Schiffe. Also nach der ÖDP kommen sicherlich Bündnis 90 die Grünen. Auch die Linke ist hier sehr radikal. Aber es kommt noch dazu, dass Energiekonzerne vergesellschaftet werden und dass es keinen Emissionshandel mehr geben soll. Die SPD ist nicht ganz so schnell wie die Grünen, aber natürlich auch für den Umweltschutz. Und die CDU, CSU kann man sagen, ja, ein Kampf gegen den Klimawandel entschlossen mit Vernunft und Augenmaß. Das ist jetzt nicht so richtig für mich der Bringer. Und sie glauben immer noch an den sauberen Verbrennungsmotor. Und eine Ablehnung des Diesels kommt für sie nicht in Frage. Die Digitalisierung spielt natürlich eine große Rolle. Deswegen möchte ich sie zum Schluss auch noch anführen. Hier ist zum Beispiel die ÖDP nicht sehr fortschrittsfreundlich. Sie haben vor allem Angst vor den Strahlen von Mobilfunk und so weiter. Mehr Sicherheit bei der Nutzung digitaler Angebote und Behebung der Defizite beim Datenschutz. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig ausführlich kompetent, sage ich jetzt mal. Die CDU, CSU hat so ein bisschen gehört, dass was in der letzten Zeit gelaufen ist, nicht allen gefallen hat. Deswegen wollen sie die Datenschutzgrundverordnung nochmal umgestalten, sodass sie anwendungsfreundlicher wird. Sie wollen schauen, dass es bei der Urheberrechtslinie nicht zu Uploadfiltern kommt. Und sie setzen sich für eine faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft ein. Bündnis 90 Die Grünen wollen den digitalen Wandel demokratisch, ökologisch, sozial und feministisch gestalten. Sie lehnen Uploadfilter als falschen Ansatz und fehlerhafte Technologie ab. Kleine Zwischenbemerkung, trotzdem hat natürlich eine Grüne im EU-Parlament dafür gestimmt. Und auch relativ radikal. Sie wollen, dass ein eigenes EU-Kartellamt entsteht, das nötigenfalls auch die Marktmacht großer Digitalkonzerne dadurch beschränkt, dass sie sie auch ohne Nachweis eines Machtmissbrauchs aufspalten kann. Da wird auf jeden Fall mal mit Fesseln und Bandagen gekämpft. Die AfD, ja, wenn ihr Artikel 13 Gegner seid, ihr habt es vielleicht gemerkt, auch bei Oscars Video liefen leider AfD-Videos als Werbung vorne dran, weil natürlich sie wollen eine Überregulierung verhindern. Sie wollen die Datenschutzgrundverordnung abschaffen. Und sie sind gegen Uploadfilter. Und sie wollen, dass europäische Hard- und Software-Systeme entwickelt werden. Da kann man sagen, ja, das wollen wir auch, deswegen AfD zu wählen. Ehrlich gesagt, wenn ihr euch das gesamte Programm anschaut, tut es nicht. Ich finde, ihr könnt alle anderen wählen, aber bei der AfD wäre ich nicht so glücklich. Die Frage, was ich jetzt wähle, ich werde sie nicht beantworten, aber ich glaube, es wird sich entscheiden irgendwo zwischen Grüne, ÖDP, SPD. Es wird sicherlich nicht die AfD. Es wird sehr vermutlich nicht die Linken werden. Ich glaube nicht, dass es die CDU wird. Und den Rest werden wir sehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte lasst mir einen Daumen nach oben dafür da. Und kommentiert gerne, was ihr davon haltet. Aber kommentiert bitte nicht eure politische Meinung, sondern mehr, wie euch dieses Video gefallen hat. Und ob ihr Anregungen habt für weitere Themen. Das fände ich super. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Dieser Dad.